Ja, meine Freunde, der Reactionkunst in den Herzen, na, was geht ab, wir gehen heute auf ein neues Video von satter Hugo, äh, Tramex, einfach zu smart, abonniert uns unseren Channel gerne, kostenlos und lasst doch gerne ein Däumchen oben da und los geht's. Was läuft, was läuft, willkommen zum nächsten Video, errate das Wort mit Tramex, Pay2Win. Oh, das ist so einfach, dein Lieblingsspielsystem. Pay2Win? Ja. Direkt erraten, FIFA. Mir wird ganz schwindelig, Herr Oleke. Ich atme die Auspuffdämpfer ein. Noch einer weg, Mann, ne, 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 also, das bewegt dich schon. Jetzt heißt es schlafen und morgen den Rest vom Hotel abchecken. Acht Uhr morgens, ich hab unheimlich gut geschlafen. Acht Uhr, hä? Warum steht er mitten in der Nacht? Mitten in der Nacht, okay. Heiratet bloß nicht, natürlich nicht. Wieso tust du im Stream immer so einen auf hart? Sagt der Gäste zu mir, manchmal denke ich dann daran, dass du minderjährig bist, wenn du ungeschminkt bist. Und dann finde ich das ein bisschen unwohl. Also ich würde nie wieder, wenn ich eine Frau kennenlehre, so das in der Öffentlichkeit machen, ne. Bei der nächsten mache ich so nicht. Auf gar keinen Fall. Bei der nächsten? Nein, also wenn das der Fall wäre. Ich liebe es, diese Lust hat. Ich mach's, ich mach's. Ja, mach's. Das tut mir. Das ist es. Du kriegst kein Omelette. Das ist meine Hilfe. Ohohoho. Kleiner Sonderfall hier, ne? War noch nie ein Auto in den Pool drin. Jetzt. Ach du Scheiße. DRAAAH! Bitte besser des Molas! Digga, ich brauch ne Brille! Haben wir das jetzt hier liegen? Wir hatten elf Gamescom-Meetings im Discord und Kevin kam achtmal zu spät und dreimal gar nicht. Was? Komm so! Nein! Ich bin unter dem Wasser. Ist das schlecht? So, Leute, ich gebe euch ein kurzes Tutorial für den ersten Kill auf C. Schaut das, Leute. Schaut das. Easy upload. 1-Tap. 3-2-1. So bin ich Platin 1 gekommen. Pass auf. Alter, das Emi ist ja krank gut. Hä? 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 Jetzt wird's nichts mehr. Oh! Bro, ich war drauf! Ich war drauf! Ehrlich! Er holt mich! Er holt mich! Er holt mich! Er holt mich! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Bauarbeiter übernehmen das Casino! Wir sind bereit, Los Santos! Here we go again! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Warum spielt jeder zur Hölle? Geht ja. Warum? Ich hab den Fänger geklitten. Hallo? Können Sie die Tür aufmachen? Holst du Flexmaschinen? Holst du Flexmaschinen? Das ist nicht normal, Kevin. In keinem Club ist mir jemals sowas passiert, dass eine Frau gekommen ist, wo gesagt, hey, kannst du 300 Euro eine Flasche für mich holen? Ihr bist ja auch hässlich. Du bist nicht besser. Freimax verzweifelt auf der Gamescom. Hilfe, Hilfe. Hilfe, Grund besteigt mich. Wir sind zwölf Techniker. Wieso kommt keiner und hilft mir? Mein Headset geht nicht. Das ist dein Problem, Max. Mein Headset geht nicht. Mein Headset funktioniert nicht. Gar nicht mehr. Nein, das hat vorhin noch funktioniert in der Probe und jetzt geht das nicht mehr. Sir, Sie haben das Recht zu schweigen. Und alles, was Sie sagen, kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Wui, 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 wui. Sollte kein Recht haben, Statt, aber auch wenn es für die FAP und die Chef... Wui, 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 wui. Hey! Marjana, Trimax und Rhys, alles klar. Marjana kann mir schon was einstudieren. Wir haben schon was einstudieren. Oh, okay, okay. Der Fußball-Gott! Ja, den Skill hab ich gesehen! Der macht den Benz! Ich hab kein einziges Fahrzeug jetzt! Geiles Fahrzeug! Ich kann ihn nicht ernst meinen! Ich würde Ihnen noch meine Nummer geben, dass wenn Sie fertig sind, rufen Sie mich wieder an. Okay. Haben Sie Ihr Handy gerade? Ja. Wo ist mein Handy? Wenn Sie einen F9-Muskel betätigen. Ah ja, okay. Ah, Mist. Können Sie mich noch hören? Äh, jedes Mal, wenn ich mein Handy raushole, kann man mich nicht mehr hören. Wissen Sie, wie Sie Ihre Nummer abspeichern? Oder wie Sie die Nummer abspeichern? Nee, Sie können mir die am besten einfach sagen, Step für Step. Sie haben ja auf Ihrem Handy einen App-Draw, diese sechs Punkte. Ja, da geh ich drauf. Dann haben Sie ganz rechts Kontakte. Neuen Kontakt. Oben können Sie dann den Namen eingeben. Okay, das ist Blödsinn. Unten können Sie dann die Nummer eingeben. Oben geben Sie dann einfach einen... Sie können mich gerne mit Vornamen einspeichern, Marcus Adams. Und dann nehme ich Ihnen einmal meine Nummer durch. 0, 1, 7, 2, 6, 9, 3 mal die 5. Ähm, noch einmal die Nummer bitte gleich. Eine Sekunde. 0, 1, 7, 6, 8, 5, 5, 5. Äh, ich hab... mein Handy ist schwierig. Oh, mein Handy ist schwierig. Ooooooh. Oh, Two, O va! Oh, O, 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 O! O, 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 O! O, 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 O. saubere Hände wieder und fest drauf an den Waden. BTF, das gibt keine Flanken, das ist gar nichts. Du riechst ein bisschen der Pizza an den Waden, aber wer riecht dir an den Waden? Du bist so smart. Wer riecht denn den Waden? Die beste, die beste Meldung des Tages. Sollen zwei Kollegen jetzt hin? Ich hoffe halt einfach nur, dass ihr halt, ne? Ja, ja. Du schläfst du jetzt. Ja, das war's für heute mal wieder. Zum Hinterhalt haben wir viel GTA. Zocken jetzt alle nur noch GTA. Ich kann es nicht übernehmen, das ist ein cooles Spiel. Trotzdem ist es sehr langweilig. Aber war trotzdem lustig. Abonnieren unseren Channel gerne kosten. Schaut unbedingt gerne auf TikTok vorbei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020